Ja, was ist denn? Es geht um den Verfall der Portale. Ja, ernste Sache das ist. Ihr seid ein Studierter? Nicht in eurer Kunst, aber zusammenbrechende Portale betreffen uns alle. Nicht viele sind so weitsichtig wie ihr, Freund, leider. Ah, ich sehe, ihr habt einige von Rhoens frühen Werken bei euch. Darf ich mal sehen? Nur zu, ich kann nichts daraus lesen. Es will mir einfach nicht eingehen, woher dieser beständige Verfall rührt. Nun ja, ich will euch nicht langweilen, aber solltet ihr auf weitere Hinweise zum Verfall der Portale stoßen. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Hier, lasst mich euch den Ring unserer Universität geben. Die Verbindung zum Allfeuer waren die Zirkelmagier selbst. Weil sie ihre Körper dem Allfeuer geweiht hatten, wurden sie mächtig. Aber alle Allfeuermagie, die sie wirkten, benötigte ihre Körper als Quelle, als Verbindungsband zur Urkraft. Doch die Zirkelmagier sind alle tot. Ich muss nachdenken. Ich danke euch für eure Hilfe, aber lasst mich nun allein.